Du hast versaut, du Volljackson. Ich bin gesehen, ich schwörs. Du hast wirklich mehr Glück als verstanden. Das hat mein Großvater auch immer gesagt, obwohl er meint, das hätte in meinem Fall nicht viel zu sagen. Sag mal, was ist eigentlich los? Gilt hier auf diesem Schiff, für schwarz waren die Todesstrafe? Du hast ja keine Ahnung. Was denn? Kann ich dir was sagen, was du wirklich für dich behältst? Höchstwahrscheinlich nicht, aber... Miss Sonja? Ja? Wir haben einen blinden Passagier an Bord. Oh, tut mir leid, hier ist er nicht. Davon möchte ich mich selber überzeugen. Der Mann ist gefährlich, er kann praktisch unter jedem Bett stecken. Unter meinem ist er nicht. Mit jedem Vorhang kann er lauern. Ui, ist er auch nicht. Miss Sonja, bitte öffnen Sie. Jede Kabine muss durchsucht werden. Moment, ich, äh, muss mir noch schnell was überziehen. Ich kann leider keine Ausnahme machen. Aber als Kapitän werde ich natürlich in Ihrem speziellen Falle die Durchsuchung persönlich übernehmen. Um Ihnen Unannehmlichkeiten zu ersparen. Bitte, fangen Sie an. Tja... Wo fangen wir denn da an? Unter dem Bett? Hm, da ist keiner. Und den dann vorher? Da ist auch keiner. Aha. Ähm... Warum wollen Sie sich denn das Beste für den Schluss aufheben? Miss Sonja, was machen Sie denn? Was tun Sie denn da? Sie haben so schöne Knöpfe. Und diese beiden, ne? Was ist denn plötzlich mit Ihnen? Was ist denn mit Ihnen? Weg! Wie, was weg? Weg, weg. Mit Sitte, Anstand und Moral. Aber nur, wenn Sie mir versprechen, hinterher keine Trümheiten zu machen und sich umbringen, meine Fähne. Hm? Ich kann für nichts garantieren. Lassen Sie uns doch einfach alles vergessen! Ah! Sonja, ich versichere Ihnen. Apropos Versicherung, ist Ihnen überhaupt klar wie hoch das Schiff versichert ist? Ehhhhh! Ehhhhh! Emergency! Emergency! Dies ist ein Notfall! Doch gesagt! Rechts! Rechts! Und dann Ihre Partnerin in eine senkrechte Position und stellen Sie das Schnaufen ein. Unter Ihrem Bett befinden sich Schwimmwesten. Sollte dies nicht der Fall sein, begeben Sie sich auf direkten Weg an Deck. Sonja. Bitte begeben Sie sich sofort in die Rettungsbüro-Tüte. Sie befinden sich alle im Backboard. Äh, äh, Steuerbord, Steuerbord. Hier noch ein wichtiger Hinweis. Benutzen Sie auf keinen Fall die Rettungsringe, sondern die Notausgänge. Sie befinden sich auf diesem Schiff nicht im Bug, sondern im Heck und sind mit dem Wort Reling gekennzeichnet. Achten Sie darauf, dass Ihre Schwimmweste vor dem Verlassen des Schiffs mit Luft gefüllt ist. Betätigen Sie die vorgesehene Reißleine jetzt. Oh, oh, oh. Hallo, Lucy. Lucy. Aber du siehst so komisch aus. Hm? Scheiße. Meine Brille. Wo ist denn die? Das lässt sich doch feststellen. Geh auf die Brillensenderfrequenz. Ja, ja. Bingo. Lehne heran, gib mir die Koordinaten. Ach, da vorne ist sie. Wie ist sie da nur hingekommen? Unser fassungsloses Entsetzen geht jetzt allmählich in rücksichtslosen Überlebenskampf über. Denn im Ernstfall gilt, wer zuerst kommt, schwimmt zuerst. Vordringen ist also wichtig. Wie wir uns nach einer Katastrophe verhalten und im Überlebenskampf auf rauer See bestehen, indem wir Ertrinkende von der rettenden Planke werfen, das lernen wir beim nächsten Mal. Oh Gott, warum stehst du denn nicht auf, dass Schiff sinkt? Na und, das ist doch nicht weit schön. Und jetzt machen wir uns bereit für den Finale-Sprung ins kalte Wasser. Auf die Plätze. Fertig. Halt, halt. An dieser Stelle endet unsere heutige Übung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe mich in der Werbung. Denn Sie wissen ja, die Sonne geht unter. Plur, Bräu, kommt hoch! Uaargh!